Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern mit gesprochenen Untertiteln. Schulunterstützende Angebote In der Stadt Bern gibt es verschiedene zusätzliche Angebote zur Schule. Sie sollen Kinder unterstützen. Das Ziel ist es, die Kinder so zu fördern, wie sie es brauchen. In diesem Video finden Sie mehr Informationen zu den schulunterstützenden Angeboten. Begabtenförderung BQB Einem besonders begabten Kind fällt der Unterricht manchmal schwer. Es fühlt sich zu wenig gefordert. Eine ständige Unterforderung ist schwierig auszuhalten. Als Reaktion verhält sich das Kind vielleicht aggressiv und stört den Unterricht. Oder es zieht sich zurück. Es will nicht mitmachen und erledigt seine Aufgaben nicht. Die Stadt Bern bietet für intellektuell ausserordentlich begabte Kinder Begabtenkurse BQB an. Die Lehrpersonen fördern und unterstützen die Kinder in diesen Kursen. Mehr Informationen zur BQB finden Sie im Link unter diesem Video. Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail. Die Kontaktangaben für die BQB finden Sie unter diesem Video. Die Lernbegleitung ist ein Angebot für Kinder und Jugendliche. Sie erhalten dabei Unterstützung, um Grundfertigkeiten wie das Lesen, Schreiben oder Rechnen zu üben oder um die Hausaufgaben zu machen. Der gemeinnützige Verein der Stadt Bern bietet die Lernbegleitung an. Alle Schulkinder der 1. bis 9. Klasse der Volksschulen der Stadt Bern können die Lernbegleitung nutzen. Kosten Die Eltern bezahlen für die reguläre Lernbegleitung 4.50 Franken pro Stunde. Mehr Informationen über die Lernbegleitung finden Sie im Link unter diesem Video. Haben Sie Fragen? Sie erreichen das Schulamt telefonisch oder über das Kontaktformular. Sie finden diese Informationen in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesen Videos. Sie erreichen die Lernbegleitung auch per E-Mail. Lernbegleitungbern at outlook.com Integrative Förderung IF Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützen bei der integrativen Förderung, IF, die Klassenlehrpersonen im Unterricht. In der Regel findet die IF in der Klasse oder als Gruppenunterricht ausserhalb der Klasse während der Schulzeit statt. Es gibt verschiedene Modelle der Zusammenarbeit. Mehr Informationen über die IF finden Sie im Link unter diesem Video. Haben Sie Fragen? Sie erreichen das Schulamt telefonisch oder über das Kontaktformular. Sie finden diese Informationen in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesen Videos. Deutschkurse für Kinder und Jugendliche Manche Kinder und Jugendliche sind neu in der Stadt Bern. Sie sprechen vielleicht nicht oder nur wenig Deutsch. Sie besuchen deshalb als erstes einen Intensivkurs Deutsch als Zweitsprache. Der Kurs dauert mindestens zehn Wochen. In jeder Woche haben die Kinder und Jugendlichen 24 Lektionen Deutsch. Die Lektionen finden während der normalen Schulzeit statt. Mehr Informationen über die Intensivkurse Deutsch als Zweitsprache finden Sie im Link unter diesem Video. Haben Sie Fragen? Sie erreichen das Schulamt telefonisch oder über das Kontaktformular. Sie finden diese Informationen in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesen Videos. Elternabend für fremdsprachige Eltern Einmal im Jahr finden zwei Elternabende für fremdsprachige Eltern statt. Elternabend zum Zyklus 1 – Kindergarten und 1. und 2. Klasse Elternabend zum Übertritt in die Sekundarstufe 1 An den Elternabenden sind interkulturelle Vermittlerinnen und Vermittler vor Ort. Sie übersetzen und beraten sie, wenn sie etwas nicht verstehen. Im Link unter diesem Video finden Sie die Daten für die nächsten Elternabende. Haben Sie Fragen? Sie erreichen das Schulamt telefonisch oder über das Kontaktformular. Sie finden diese Informationen in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesen Videos. Logopädie Manche Kinder haben Probleme mit der Sprache oder dem Sprechen. Sie können zum Beispiel einzelne Laute nicht oder nicht gut aussprechen. Oder Sie haben Probleme beim Lesen und Schreiben. Logopädinnen und Logopäden begleiten und unterstützen die Kinder und fördern ihre sprachlichen Fähigkeiten. In der Regel findet die Logopädie in der Gruppe während der normalen Schulzeit statt. In einzelnen Fällen gibt es auch Einzelunterricht. Mehr Informationen über die Logopädie-Angebote finden Sie im Link unter diesem Video. Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie das Schulamt an unter der Nummer 031 321 64 60 oder kontaktieren Sie uns per Kontaktformular. Diese Informationen finden Sie in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesen Videos. Psychomotorik Jedes Kind entwickelt sich anders. Manche Kinder scheinen vielleicht sehr ungeschickt oder ängstlich. Oder sie können sich nur schwer konzentrieren oder ihre Gefühle nicht gut regulieren. Die Psychomotorik fördert die Freude an der Bewegung und die Geschicklichkeit. Sie fördert auch die Selbstständigkeit und das Vertrauen in sich selbst. Und sie hilft, andere Menschen besser zu verstehen und einfache Beziehungen aufzubauen. Mehr Informationen über die Psychomotorik-Angebote finden Sie unter diesem Video. Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie das Schulamt an unter der Nummer 031 321 64 60 oder kontaktieren Sie uns per Kontaktformular. Diese Informationen finden Sie in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesen Videos.